Welche Sängerin gab 2007 ihr erstes Konzert in Deutschland? Barbara Streisand. Hätten Sie es gewusst? Nein? Dann probieren Sie es doch mal hier mit. Das große Tagesschau-Quiz ist das perfekte Training für die Allgemeinbildung. Spielend mehr Wissen. In insgesamt vier Einzelspieler-Modi kann nach Lust und Laune geraten und gerätselt werden. Im spannenden Karriere-Modus gilt es, die Karriereleiter zu erklimmen. Im Lern-Modus ist der Lernerfolg dank Auswertung sofort sichtbar. Und im Hotseat-Multiplayer können bis zu vier Spiele herausfinden, wer der Klügste ist. Das große Tagesschau-Quiz. Spielend mehr Wissen. Ab Oktober für Nintendo DS.